Hallo! So, der erste Tag ist zu Ende. Es war ein schöner Tag. Es war aber auch sehr anstrengend. Also als Teamchef muss man da wirklich noch mal ein paar Aufgaben übernehmen. Aber es macht echt richtig viel Spaß. Wir haben die Einschulung gemacht. Also ich habe dem Newcomer, dem Joshua, erklärt, wie das hier alles abläuft. Dann sind wir ins Silvesterbüro gefahren. Das war auch sehr cool. Das heißt, die Newcomer haben die Leute im Vertrieb kennengelernt, haben gesehen, wie die Büros aussehen und was man da machen kann. Dann mussten wir, das war ziemlich anstrengend, die Autos ausräumen und wieder einräumen mit neuen Ständen und Plakaten. Dann mussten wir zum NABU fahren und Materialien holen. Also es hat super lange gedauert. Wir haben erst um 14 Uhr angefangen zu arbeiten. Aber dann hat es gut geklappt. Und jetzt sind wir zu Hause und die Jungs kochen. Auch sehr cool. Und ja, ich freue mich schon auf den Rest der Woche und ich werde euch weiterberichten, wie es hier so läuft. Tschüssi! die geht es nicht. Vielen Dank.